Da, er hat es sogar. Warum kann er sich eigentlich so auf den Stein verwandeln? Wohl, das ist ein Ausweichdingenstein. Das ist ja mega fett dann. Boah, Alter, ich komme da nicht mehr aus der Kombo raus. Alter, was für eine krasse Kombo der bitte hat. Also bist du einmal drin, kommst du wirklich nicht mehr raus. Das ist total krass. Ich kann nicht ausholen. Ich kann nicht vernünftig ausholen bei seiner Kombo. Das ist richtig krass. Und wenn ich das vermutlich mache, so ist das einfach gar nichts wert. Ich habe keine Ausdauer mehr. Der Typ ist einfach richtig krass unterwegs, so. Hat so eine krasse Kombo der Typ. Oh, der hat auch eine Phase. Ja, ist klar. Ja, ja. Alter, das Heilen ist in diesem Spiel scheiße. Du kannst mir erzählen, was du willst. Ich finde die Typen zu krass. Ich schaffe es nicht, gegen ihn anzukommen. Also ohne Scheiß. Der ist gelenkig, ey, fuck. Ich will einmal eine Heilung einfach dafür verballern, so. Oh, Flipperdog hostet mich. Danke für den Host, Max. Habe ich jetzt erst gesehen? Der Typ ist einfach krass, alter. Adern, der Harte. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Adern, der Harte. Ah, dann der Harte. Komm schon. Ah, dann der Harte. Ah, nein. Du bist eine Schnuع. Ah, dann der Harte. Nieาม Okay. Gut. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020